Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Heute mal ein ganz kurzes und rückfloses Video von mir, denn ich habe vor kurzem etwas festgestellt, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Ein Video von mir wurde von YouTube mit der Begründung und angemessene Inhalte gesperrt. Welches Video das war, werdet ihr gleich erfahren, denn das Video wird sowieso den meisten von euch nicht sagen, denn es hatte, obwohl ich es schon im Juli 2017 reingestellt habe, gerade einmal 69 Aufrufe gehabt. Also werde ich nochmal ein bisschen erzählen, was ich in dem Video gemacht habe. Also in dem Video, was gerade einmal zwei Minuten lang war, habe ich an einen zerkratzten Fahrstuhl einen Zettel angepinnt, wo drauf stand, frisch gestrichen. Mehr nicht. Und da habe ich noch nicht mal gerülzt. So, jetzt werdet ihr den Titel sehen. Ich verabschiede mich schon mal von euch.